Herzlich Willkommen noch mal alle zusammen in dieser wunderschönen Landschaft. Ihr könnt hier oben, sozusagen unter entschärften Umständen, euer Leben außerhalb der Klinikmauern proben. Der Vertraute kriegt einen in die Fresse. Ich war schon mal tot. Du bist sowas von asozial. Ich schütze Freen. Wichser. Manchmal halt es einfach nicht aus mit denen. Ihr seid emotional völlig überwärmt.